Ich habe um 13.45 Uhr einen Anruf bekommen vom Präsidenten Martin Kind. Er hat mich über die Vertragsauflösung mit und von Jörg Schmadtke informiert. Ich habe allerdings großen Respekt vor dieser Entscheidung. Das habe ich gestern auch dokumentiert. Bin aber, was die Beweggründe angeht, im Detail nicht informiert und war logischerweise, was auch gut so ist, und richtigerweise nicht eingebunden in die Gespräche mit dem Präsidenten zu diesem Thema. Das, was ich natürlich eindeutig sagen muss, dass der Jörg in den letzten Jahren bei Hannover 96 maßgeblichen Anteil daran hatte, dass wir so erfolgreich spielen konnten, dass wir mit 96 zweimal in der Euroleague vertreten waren. Ich hatte noch nie einen Machtkampf oder gar einen Streit mit Jörg Schmadtke. Wir haben sicherlich in der Sache auch mal kontrovers diskutiert. Das hat vielleicht auch den Erfolg ausgemacht. Wir haben ja auch aus den letzten vier Heimspielen dreimal gegen Bayern München gewonnen. Also man kann ja sagen, dass wir vielleicht, wenn es hier in der AWD-Arena um Punkte geht, wir durchaus ein Angstgegner für Bayern München sein können. Und das wollen wir gerne unterstreichen in dieser Partie am Samstagnachmittag. Vielen Dank.